Sie hat es hier vorne. Oje. Jetzt kriegt man noch einen Jagd. Das glaube ich jetzt nicht. Es ist zu spät. Oh ne. Oh ne. Hübschen. Entschuldigung. Alles? Alles in Ordnung? Und jetzt? Nein. Das machen wir jetzt. Das wird aufstehen. Oder kippen wir dann um. Jetzt kommen die hier wieder raus.